Kann man jemand was sagen? Also wir gingen nach der Tat Selbstmord. Da waren wir. Ja? Ihr seid solche Trolle. Ist laut, ne? Jetzt ist es leise. Passt es so? So, wir testen es mal so. Noch ein kleines Stück leiser. Noch leiser. Ja? Okay. Redet. Redet. Oh, ich hab... Ach, Quatsch. Ich weiß ja, wie ich das leise... Wartet, ich weiß genau, was euer Problem ist. Ich hab das doch also so lauter gemacht. Ja, ich mach einfach die Verstärkung aus. Easy peasy. Wartet. Ich muss jetzt erst, also Test hören, wie laut gut für euch ist. Kann man jemand jetzt was sagen? Die reden nicht mit mir. Shinigami, rede doch mal. Es ist leise, ne? Wer starb zuletzt bei diesem Vorfall? Äh, der Täter. Nee, ich hab das nicht gehört, sorry. Ist das jetzt okay? Warte, ich verstärk noch ein bisschen, damit ich es bei mir noch ein bisschen leiser machen kann. Wer hat den toten Täter angezündet? Den toten Täter! Äh, der... Aber der Täter ist ja auch das Opfer. Wer wurde zuletzt zu Tode verbrannt? Äh, wer war nochmal wer? Äh, ich hab irgendwas gedrückt gerade. Ich... Warte, Silch! 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 Knilch! Der war's. Komm, wir versuchen es wieder! Wisst ihr, was lustig ist? Auf meinem Rodelcast, da steht auch Arfex drauf. Passt es jetzt wirklich von der Lautstärke so? Wow! To die? Ja, alles gut. Okay, gut. Stimmen könnten noch ein klein wenig lauter sein. Also, Tani, es tut mir leid, aber, also... Ich kann gerade nicht ins Menü. Weil, also, das mit den Soundeffekten und dem... Das habe ich nicht auf meinem Rodelcast. So gut ist dann auch nicht. Es tut mir sehr leid. Also, ich werde an mir arbeiten. Es ist wirklich so mir leid. Und das meine ich. Dann generell, Game, noch ein Stück lauter. Deine wunderschöne Stimme könnte immer noch ein wenig lauter sein. Immer, er müsste... Also... Sind wir jetzt beim Lauser? Ja. Wenn alle Games den Soundregler über das... Das wäre cool, ja. Da müssen wir so auch nicht mehr in die Optionen, sondern ich kann einfach on the fly das machen. Das wäre voll cool. Ist das jetzt besser, oder soll es... Also, muss noch lauter. Weil, also, noch lauter wird langsam schwierig. Okay, perfekt. Sie, I told you, it would be fine. I told you, I could fight. Yeah. Is that the end of it? I guess that's everything. Seems smear than I thought. Ich passe bei ihm im Universalstandard, an den sich alle halten. Ja, los, mach doch einfach locker. Hä, was hat er denn? Schlussfolgerung. Silk tötete die anderen und zündete sich dann an. Ist das die Wahrheit hinter dem Fall? Warum sind da Ohrringe? Ich hatte dieses Passwort Schwierens. Ich glaube, Frank... Warte, ich gucke mal kurz. Ja, Frank... Wie heißt der? Frankas Phasers, Frankas Bungs. Der hat einen Kompressor für Twitch. Hass, Hass. Hass ist gut. Hass macht dich menschlich. Hass lässt dich fühlen. Warte. Mysterielabyrinths contain all the mysteries of the real world case. Including things like Miss Direction, right? Which means, this could be an attempt by the culprit to mislead us. So, you don't think this is the truth? What makes you say that? I'm not sure, but I have a feeling the case isn't closed yet. Äh, we feel... Äh, weh... Ich muss das bei mir noch leiser machen. Das ist zu laut. It's too loud for me, Argentina. Tina. Tina. If so, then this door could be a fake. How can we tell? If you think it's fake, why not try breaking it? It'll be bad news if you're wrong though. And I won't tell you exactly what will happen. I don't want to affect your judgment. Judgment. You've already affected my judgment. I guess the only way to find out is to destroy it. How do I do that? Töten. Easy. Ja, kein Problem. Easy. Äh, Schlussfolgerung öffnen. Schlussfolgerungstür zerstören. Silk tötete die anderen, zündete sich dann an. Hä? Aber er hat doch gerade gefragt, wie. So, it was fake. It was the culprit trying to throw us off the trail. Ich weiß gerade nicht, was das war. Aber gut. Wie kann ich die Tür kaputt machen? Zerstören. Okay. Du solltest einfach quitt, while you were ahead. It's rare for a fake exit to appear. This mystery labyrinth is way tougher than I thought. Master, don't let your guard down. Make sure you drop your money before you drop dead. I promise I'll show mercy to your wallet. Und der Bösewicht lacht wieder. Boah, mein Ohr tut weh. Ich glaube, ich habe, also... Ich habe halt alles so ultra laut gemacht. Damit ich das also besser hören kann. Also, ich glaube, ich habe gestern mein Ohr kaputt gemacht. Also, heute Nacht. Lärm durchschneiden. Let's go. Genauso. Okay, zu den Early Bird. Das ist der, der andere, den Early Bird. Der Bonus für das Zerstören von Lärm errechnet sich aus der Gesamtmenge, die du hintereinander zerstört hast. Grundsätzlich gibt es jedoch eine Obergrenze dafür, wie viel du erhältst. Also, alles an Lärm, ja? Ich mache alles an Lärm weg. Okay. Hallo, Bomber. Messer in Leiche. Messer in Melamis Leiche. Ich nehme Messer. Das war falsch. Das ist der only one, who could have done the crime. Das war falsch. Hä? Melamis Leiche? Mhm. Liegt es irgendwie, dass er sich mit Besikt beteiligt hat? Ich dachte, ja. Ja, warte. Wie kriege ich den nochmal? So, ne? Y, ja. Warte mal, was steht da? Mit demnach, sag ich, entdeckte ein Wagen. Sie war ein bisschen händlicher Hünder, aber das Gesicht gerade noch so zu erkennen. Aha. Das, ähm, wird schon irgendwie Sinn machen? Es ist mir Zeltz. Die Grunde ist obviös. Zeltz ist der only one, who could have done the crime. Objection. Hä? Ach so, stimmt. Es gibt ja falsche. Es gibt, ich muss ja nicht, oh Gott. Wirklich, fünf Minuten nicht gespielt. Missing Leiche. Dann bleibe ich doch mal erstmal beim. Okay, das ist einfach nur nicht das, was ich zerschneiden muss. Easy. Er ist doch Melami. Das Knüchel ist on fire. Äh? Ich hab nicht getroffen. Ich hab einfach nicht getroffen. Upsi. Ähm. Kaffee im Speisewagen. Das ist... Obwohl, nee, das macht keinen Sinn. Ausnocken. Kaffee. So, he would pass out easy. Then, set himself on fire. Dying by fire is a painful way to go. He wanted to make it less painful. Oh, das wollte ich nicht. Hier, Kaffee. Das zum Ausmachen. The culprit has to be zilch. He committed suicide by self-immolation. Ja, können wir jetzt nochmal? Also hat er sich mit dem Messer erstochen? Ja, ja. Ja, jetzt komm schon. Ah, Mann, ey. Das war schwer. Ja, Mann, ey, das war schwer. Dann set himself on fire. Dying by fire is a painful way to go. He wanted to make it less painful. The culprit has to be filched. He committed suicide by self-immolation. Warp, 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 warp. That's true. So. Also jetzt will ich nochmal, ja? Of course I know why. Boah, das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, war das knapp. Boah. Kacke, lerne das nicht. Danke, danke. Vielen Dank. Knapp, vielleicht passt schon. Knapp, vielleicht passt schon. Knapp. Knapp. Knapp, vielleicht passt schon. Knapp. 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 Peacekeeper said, all the detectives burned to death, but Zilch's corpse in the first car is different. Okay. Das ist mein Regler, die macht da hin. Ja, to me, it looked more like he was stabbed to death. So the peacekeeper's report was a lie? But they have no reason to do that. If they wanted to set you up as the culprit, they'd be raising questions by fabricating reports. Yeah, you're right. They all must have died by fire, after all. And for some reason, only Zilch appeared to have been stabbed to death. I get it. So that's what was bothering me. But no matter how hard I think about it, I can't seem to figure out what happened next. Huh? Why's that? I don't have enough clues about Zilch in the first car. I should have investigated it more after discovering the body, but I was too preoccupied with calling for help. So, we're stuck right here. I don't see any other routes to break through this mystery. I don't even know what mystery we gotta solve right now. But I do know, there can't be a labyrinth without a goal. The truth is always behind a mystery. Let's expect a pony. You wish you had investigated more, right? So, you think you'd have the answer if you'd done that? Huh? Yeah, maybe. Oh, fine. My secret weapon is so draining, I try to avoid using it as much as possible. But I just love it when you rely on me, Master. I have a bad feeling about this. What are you trying to do? This is all for you, Master. Ready, Master? Huh? Wait! Ah! What? Oh, schön! Ow! 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 Get some smoot? What's going on? I'm extracting your memory and materializing it inside the mystery labyrinth. This is my super cute special weapon. See, if you investigate here, you might make some new discoveries! Oh The shock from all this is making my head spin You don't have any time to waste master This was pumped out of that slow brain of yours, so don't assume it'll stick around for long You have until the pain in your head clears up now hurry and investigate Yeah, got it. Oh hurry Start-Ort-Nachstellung Eh, here. Erstmal Kissen gucken Huh? This cushion? Was it always there? Also, it looks like it has a hole in the middle of it. It was made by something sharp. What did this? Dein Verstand war's nicht Oh, so I can get solution keys here too You may have seen it, but forgotten. That just means you didn't think anything of it at the time But it is in your memory, so you can use it as a clue You can do that? You're incredible Shinigami Knife perhaps Also, also, also Das ist doch weit hergeholt Das ist doch klar, dass der da, also Das ist viel zu nah liegend Das ist klar, dass der da nicht raufkommt Also, ich meine, weit hergeholt meine ich natürlich Also, wir reden die ganze Zeit von Knife Wounds Also, das ist schon weit hergeholt, finde ich Also, also, da muss sie ihn schon verstehen Da ist er halt der, also, Expertenmeisterdetektiv wie zu Jenny Also, da, also, das wird nicht das Messer sein Schalt einfach vor das Messer Mh, mh, mh Hey Es sollten sich neue Informationen darin befinden Das wird nicht lange halten, beeil dich und untersuche es Ich hab irgendwie so ein, also, irgendwie ist mein Nern so Ich hab so ein, äh, ich klingel ein bisschen wie Benjamin Blümchen Ich weiß nicht warum Pfff Eine verbrannte Decke, die über die Leiche gelegt wurde Es ist kein Blut darauf Drücken Er ist Meister, der ist mehr klug als wir, richtig Ja, wer hat er dann, wenn es auf der Rückseite ist, so funktionieren Erinnerungen nicht Das ist ja keine Erinnerungsjahr, also, Shinigamis Werk Oh, it's fading Achso Aber die werden die Leiche gelegt Das ist ja nicht Ich bin Ich bin Ich bin Sie ströner Ich bin Ich bin Wolle Ich bin Stimmen Es ist für, wenn du in deine deductions verabschiedst. Erinnerst du was ich vorhin gesagt? Every Labyrinth hat ein Ziel. Also, wenn du stuck, da ist alles... Und wir werden es finden, indem wir zusammenarbeiten. Working together? Lass es alles aus, Master! Hübsch! Kann man sich übrigens aus der Kanone schießen? Chat, bitte beruhigt euch! We're gonna expose the truth together! Nein, ich will nicht! Das ist ja nicht zu fassen. Das Shinigami-Puzzle ist eine meiner geheimen Techniken, um die verborgene Wahrheit aufzudecken. Die Wahrheit verbirgt sich irgendwo zwischen den Buchstaben an der Seite des Fasses, in dem sich meine Wenigkeit befindet. Der Code steht am Safe, oder? Was ist denn im Buchstaben? Lies die Frage und zerschlage dann in der richtigen Reihenfolge die Buchstaben. Machst du einen Fehler, wird das Zeitlimit reduziert. Achso, das ist... Achso, Hangman, okay! Die richtige Antwort ist irgendwo in deinem Kopf, Master! Wenn du die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zerschlägst, werde ich von der Macht der Wahrheit durchdrungen und entfessle eine Spezialfähigkeit, die einen Weg ebnet. Es ist Zeit für die Lösung-Key. Übrigens, wenn du mich mit den Lösungsschlüsseln fütterst, die um das Fass herumschweben, gebe ich dir jeden Hinweis, der mir in den Sinn kommt. Schnapp dir den Schlüssel und abdub mit in meinen Mund. Aber es gibt auch ein paar Lösungsschlüssel, die keine Hinweise enthalten. Wenn ich so einen esse, wird das Zeitlimit reduziert. Also, die haben Lee gehabt. Hä, wie mache ich das? Achso, Lösungsschl... Nehmen, Lösungskillwerfen. Was? Die hatten Lee. Ich mache auch Lee. Lim... Lick... Lüff... 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 Lift... Lift... Lüff... Lift... Lift ist es nicht. List... Licht... Lüff... Licht... List... List... Was ist denn List für eine Antwort? Tick-Tock, Tick-Tock... Go, go, go! Ich hatte heute schon ein Word. Es reicht langsam. Ich dachte, vielleicht gab es einen Lift, um den Waggon anzuheben oder so. Der Tod von Detektiv... Knilch, was... Einemal Adventscheidungsversichend, eigentlich gar nicht gut. Wie war das mit dem Laserstrahl? Wer wollte den Laserstrahl gestern? Wir haben den Laserstrahl... Was für eine Liste, Digga... Tick-Tock... Tick-Tock! Tick-Tock! der window it appeared as if the knife was stuck in his chest but in actuality he stabbed the blanket rats cushion to make it look like he had been stabbed hallo kapinho übrigens hat so the blanket didn't have blood on it even though the cushion was der true so just death was a red herring it was meant to mislead roter herring also ich kann laufen schatztruhe aber shinigami ist gar nicht drin warte busch das kissen neva blutige decke ach hier als juma knilch durch das fenster sah es aus als hätte knilch ein messer in seiner brust das war jedoch nur ein ablenkungsmanöver das messer wurde tatsächlich in das unter der decke versteckte kissen gestochen oh ich kann laufen ja ich kann laufen und du so objektion objektion wir sind durch die tot vortäuschten tür gegangen wir sind durch die tot vortäuschten tür gegangen und das war falsch und die der mörder ist tot tür war richtig wie kann das sein objektion vielleicht ist er danach gestorben vielleicht ist er tot also er hat sich tot gestellt und hat sich dann verbrannt ne doch nicht okay also ist eine sackgasse einfach nur aber warum ging dann das andere weiter weil wir dachten dass es das richtige ist das blöde art von totstellen aber es würde es erklären aber gut dein ernst jetzt kann ich runter ich kann nicht runterfallen alles gut das war was wrong was wrong it's too much of a hassle to go all the way back there i don't want to walk anymore es ist ein bisschen wie du bist besides you're not even walking i despise effort and hard work i want to head back the easy way oh i know i have a convenient transportation method thanks to my awesomeness it lets us go anywhere you've been before now is the perfect time to use it ja okay schön zoom also ich weiß es ist die hintertür aber zoom ob wir dann zoomen können hey bro also ich stelle mich tot indem ich mich ins feuer lege wundern bruder dann was freundlich mit der los ich will es mal testen hä aber das eher beam als zoom ich dachte zoom also ich dachte wir haben eine seiten Tür ich dachte auch wobbelwobbel zoom ich will mein geld zurück ich will mein geld zurück ich will mein geld aus der die frage vor dir beantwortet wenn du richtig liegst wird das geheimnis verschwinden was beweist dass der täter sich tot stellte sechs leiche entdeckte nur der ganze körper ist verbrannt dann verschwinden wir noch einen verbrannten geruch wahrscheinlich mein dir dass die alle opfer zu tode verbrannt sind richtig oder es ist das also es kann halt sein dass es heißt ja weil das messer nur im kissen gesteckt hat aber es kann halt auch das sein weil alle verbrannt wurden und deswegen das messer nicht echt sein kann also dass er da nicht aber ich nehme mal das ablenkungsmanöver das hat also das hat mich bei dangern romper schon immer so genervt das ist halt alles auslegungssache weil ich meine es beweist auch dass das also dass er sich nicht wirklich umgebracht hat mit dem messer weil halt alle zu tode verbrannt sind so das ist auch also irgendwo ein beweis dafür dass das also nicht echt war ja a bridge see didn't i say the path would appear it's all because we found the right detective clue to break through i'm so amazing you can pat me on the head if you want yeah well maybe later yuma ist keiner von uns we open the play dead root thanks to the corpse red herring solution key so zilch really faked his death to mislead us kann mir jemand erklären warum es nicht roter herring manöver heißt sondern sie es ablenkungsmanöver übersetzt haben ich meine roter herring ist auch bei uns also war eine sache hierzu her patschen was soll das ich weiß auch nicht nieder mit juma ha he is absolutely the culprit now we just need to prove it but even if the mystery labyrinth is fair when it comes to solving mysteries the real world will be different right what if amaterasu corp decides to protect the culprit even if we prove who really did it oh you're worried they'll just cover it up no need to worry about that huh why's that let's save the fun for later oh the ground it's falling apart sind das augen und mund und ohren und zähne ja why wasn't this the right route ich mag es wie ihre zöpfe nach oben stehen glückwinn der schlussfolgerung wird aber besser als im boden hat die mir gerade das genick gebrochen war der den juma durch das fenster sah in wahrheit silk nein wo ist das passiert gott sei es ist wie only up es gibt unten weitere sachen ja ist y ne ja okay runterfallen nicht gut aber ist okay when i saw zilch through the window he was faking his death with the knife through the cushion mhm that was definitely the real zilch ja ja das wissen wir ja dass er böse war wobei er könnte halt komplizen gehabt haben okay war die verbrannte leiche im wagen eins in wahrheit silk ich sag immer noch nein weil die sind gleich groß die sind nicht zufällig beide genau 1,81 dick hat mit der leiche plätze getauscht nach jomas betreten hä keine ahnung war es jetzt vor oder nach ich habe einen knopf gedrückt die korps war switched right before i broke the infirmary window to open the lock the blazing fire had filled the room with smoke so i couldn't make anything out through the window zilch used that smoke his cover to switch himself with a dead body brevet brevet nee nee ist nicht meins i get it the fire wasn't only there to show he died from burning it was also a smoke screen to swap out the corpse right in the smoke he switched places with a corpse he hit den wir der gleich der 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 die weil die der Wo denkst du? Wenn er in den Körper so schnell wie möglich geht, hat nur ein Ort Sinn. Verwende den Zeiger auf dem Bildschirm, um die Stelle auszuwählen, die die Frage beantwortet. Du kannst die Stelle auswählen, an denen sich das Symbol ändert. Das Auswählen der falschen Stelle bedeutet, dass du Schaden nimmst, also vermag das nicht. Wo haben wir denn alles? Also an sich macht nur unterm Bett Sinn, aber vielleicht macht das auch nicht so viel Sinn, wenn da drunter Feuer war. Ich will... Okay, ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich will wissen, was da... Ach, kein dummer Spr... Oh... Ach so! Echt, das alles, was da kommt? Schade. Ich dachte, da kommt... Okay. Schade. Das ist es! Der Börsenkorps war da drin geblieben. Ich dachte, da kommt so was wie... Boah, was bist denn du für ein Coco-Held, als ob sich ein Mensch in einem Feuerlöscher verstecken kann! Oder... Boah, ja, gute Idee! Und dann macht sie das selbst, weil sie sich dann schrumpft oder so. Herzlichen Glückwunsch zum Feierabend, Vize-Danny! Glückwunsch! Lass dir den Feierabend gut tun. O-A-Straise O-A-M O-A-Danny 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 O-A-Danny